Mein Name ist Adrian Czarda und ich bin der Leiter Profsbilder für EMS Chemie und darf hier als Lagerleiter erweisen. Diese Woche war genial. Ich würde sagen, wir hatten ein Luxuslager, nur schon wenn wir anschauen, was für Wetter das war. Jeden Tag Sonnenschein. Wir hatten eine super Unterkunft, ein geniales Hotel. Die Arbeiten waren anwechslungsreich und interessant. Wir können es nicht besser haben. Hallo, ich bin Sascha Wesch und ich bin Lernende und Eiszucker. Unsere Hauptarbeit war der Wanderwerk zu Westeran. Steine aus dem Wehen, die Arena reinmachen und damit es angenommen ist für die Wander. Was ist das? Hallo, mein Name ist Ramon Bernsconi und ich bin Lernende und Logistik. Ich würde wahrscheinlich auch noch eine Woche wiederkommen, aber es ist sehr speziell, weil wir hier sehr viel verschiedene Arbeiten haben, sodass wir mit unserem Handwerk nicht gut sind. Zum Beispiel am Montag haben wir angefangen, einen Weg zu verbessern. Das war ein relativ Schlammbad. Dann mussten wir den Weg darüber bauen, also Brücken, Stege darüber bauen, die ausbessern, den Schlamm ein bisschen besitigen, mit Sand oder Fies überbauen. Wir mussten Wanderwerke restaurieren und schauen, dass die wieder einigermaßen begehbar sind und haben wirklich zum Teil sehr schöne Wege geschaffen. Je nehmt ihr eine poetin Phillippe ab. Untertitelung des ZDF, 2020